Jetzt weiter das Gin Pokémon! Ok, da kann man irgendwo hoch. Gin Poco Loco! Da kann man irgendwie einen Haufen kaputt schlagen. Da sieht es ehrlich aus, dass wir hier irgendwo lang laufen können. Ok, ich gehe zu Mr. McKay zurück. Aber da kann man wirklich hochlaufen. Es hat nicht nur so ausgesehen als ob. Die Frage ist, wie kommen wir noch weiter? Da geht es noch weiter, ganz offensichtlich. Aber ich sehe momentan den Weg nicht. Auf jeden Fall würde ich den Weg zu stellen. Aber ich sehe den Weg doch. Wann darf ich so genau schauen? Den sieht man den Weg auch. Oh, Flügel. Oh, Merck mit dem McKay-Schlüssel. Ich sehe den Weg nicht so gut. Ich sehe den Weg nicht so gut. Genial. Aber da kommt man nicht weiter, nur weil man klein ist. Man könnte zum McKay-Oh. Kämpfen wir halt wieder gegen Zombies, die plötzlich überall auftauchen aus dem Nichts. Aus dem Weg. Er ist tatsächlich betäubt. Da oben gestanden. Da ist wie ein Existente dagegen. Und er hätte ja da... Was hätte er? Was ist das? Weg des Schwerts. Okay. Na jaa, das ist so ein bisschen engstig. Ähm. Wir lassen den Täter auch schlafen. So, der schlaft. Und der kriegt die Zeit, ob es tot ist. So, da kannst du ja gelangen, um beide zu besiegen. Ah, nix. Jetzt wollte ich rein. Das wollte ich. So, wo kommen wir jetzt zu Mr. McKay? Haben wir noch da im Community Dings? Da hin? Ja, voll. Also, gehen wir zur Schule. Damit wir möglichst schnell dorthin kommen. Hm, ja, die Zombies lassen wir jetzt mal Zombies sein. Okay. Gegen alle muss ich dann auch wieder nicht kämpfen. So, da ist... Nein, das ist der Gerwig. Ah! Fransch ist da krank. Sehr gut. Sehr gut. Alle wollen mit uns verfreundet sein. Er ist ja schon. Sie sicher auch. Sie vermute ich nicht. Mal sie auch. Oh Gott. Okay, thanks. You threw that away from me. You might be thinking I still have a hoarding issue. But you'd be wrong. Okay. Would you like to be friends on Facebook? Ja. Sehr gut gewesen, erfüllt. Und wir hatten wieder einen neuen Vorteil. Weil... ...die wir erfahren haben. Weil wir ja... So, da. Weil wir ja jetzt... ...schon einige Freunde mehr haben. Ja, ich würde wohl sagen, ich nehme den Vorteil da noch. Dass er nicht so lange auf mich anhebt. Und dann müssen wir da noch auf das Home-Menü. Weil sechs neue Freunde haben. So, schon 49. 40. Es werden immer mehr. Und jetzt schon Pokémon! Erdhormon. Ich weiß jetzt vom WC nichts mehr. Na Gott, nein. Nein, ich wollte mich einfach nicht. Ich habe hier noch irgendwo... ...ein ein bisschen abschissen können. Kann man aber nicht. Gut. Er wird uns offen, wenn er... ...uns nochmal braucht. Jetzt wird das weitere Nebenquests abgeschlossen. Mal einen Blick auf Quests werfen. Das ist die Hauptquests. Dann haben wir da... ... immer noch den Sensor, wo man da irgendwie... ... und die... ... Gas... Ähm, wir müssen scheinbar wirklich nochmal in jedes Haus ins Auspark gehen. Wir bleiben jetzt gerne mal auf dieser Linie da. Und schauen überall, wo man rein kommt. Gut. Da kommen wir nicht rein. Da kommen wir rein. Aber ich glaube eben, wir sind auch schon in jedem Haus gewesen, wo wir... ... hineinkommen, sind wir glaube ich in jedem gewesen. Und haben auch alles... ...schliessen gehabt. Ja gut, ich weiß, die haben wir noch nicht geschlossen gehabt. Aber... ... haben wir eben alles schon angeschaut. Und da ist geschlossen. Und da ist eh keine Unterhose drin. Ähm... Ja, es sieht momentan so aus, als würden wir die Quest einfach noch nicht abschliessen können. Weil ich nicht weiss, wo die fehlen. Die Unterhose nicht. Und ich vermute doch gar nicht. Das Gebäude innerhalb von dem wir die dienen nicht. Aber ich vermute dann auch. Nö. Nee. Ja, wir werden mich kurz drücken, weil es in uns geht. Ja. Wollen wir schliessen, weil es nicht über diese Reden geht. Jetzt gehen wir mal durch das Loch. Aha! Haxe, hau? Handschuhe. Schlüssel zum Schlafzimmer von Stowleys Eltern. Das ist doch das Gebäude, wo wir da gerade vorher gewesen sind. Da hätten wir den Schlüssel dazu. Das war ja hier, meinte ich. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier mal schauen, was wir dort im Schlafzimmer finden. Das ist jetzt so bescheuert, dass die kleinen Dinge da oben hüpfen. Ah, da ist auch wieder ganz. Ja, tatsächlich. Föderationsabzeichen, aber die ist mit Level 12 einsetzbar. Die letzten Mütze, da habe ich lieber noch die letzte Unterhose gehabt, aber die ist da leider nicht drin, aber ist wieder gross. Kann zwar einen Haufen kaputt machen, aber das, was wir suchen, finden wir da leider nicht. Oh, jetzt ist da noch so ein schies Nazi-Zombie. Toll, Zweiter. Den würde ich sagen, wir haben uns denen mal mit Spellerle angrinnt, weil es jetzt Zweiter sind. Er hat zwar nicht viel Schade gemacht, aber... Ja, jetzt ist er angewidert, aber... Ja, jetzt ist er angewidert, aber... Ja, das hätte natürlich schlimmer kommen können. Wie ist es jetzt eigentlich mit meinen Begleitern? Wer kann ich jetzt als Begleiter auswählen? Jetzt, wo wir ja glaube ich im Team... Ja, tatsächlich. Bis auf die beiden Anführer kann ich jetzt wirklich frei wählen, mit wem ich spielen will. Nice, nice, nice. Er geht halt dazu nur. Ähm, aber jetzt können wir mal schauen, was wir überhaupt zu tun haben, ne? Phase 1, ja, das ist immer das... Ich sage mir folgendwie, also der Hauptstory trifft dich mit Kyle in seinem Hof, um einen Plan zu schmieden. Wo ist das auf der Karte? Und wo sehe ich mir? Vom Weg würde ich sagen. Ja. Ja.